Hallo, mein Name ist Lukas Horner. Bereits seit 2009 arbeite ich bei Nikko Photovoltaik. Mein Studium Energie- und Umweltmanagement an der Fachhochschule Burgenland lehrte mich, dass Photovoltaik eine geeignete Maßnahme sein kann, um die Energiewende einzuleiten. Mein Leitmotiv lautet, der Natur etwas Gutes tun, verbunden mit der Tätigkeit in einem jungen und ambitionierten Team. Daraus leitet sich nicht nur meine Überzeugung gegenüber der Notwendigkeit der Energiewende ab, sondern es beinhaltet für mich auch den Schlüssel für eine erfüllende Tätigkeit. Meine Aufgabenfelder in der Nikko Photovoltaik erstrecken sich vom Verkauf über die Planung bis hin zur Anlagenmontage und Service. Im Jahr 2015 wurde ich zum Geschäftsführer bestellt und darf seither die Geschicke der Nikko aktiv leiten. Die darin gebotene Abwechslung zwischen Büroarbeit und Handwerksarbeit erfüllt mich ebenso wie die dabei wartenden Herausforderungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die darin gebotene Abwechslung zwischen Bürodiat Die darin gebotene Abwechslung von Büroarbeit und Handwerksarbeit erfüllt mich ebenso wie die Blicke der Nikko 分ner